In der Höhle nur für den Koblenz. Jetzt sind wir ungefähr genau bei der Hälfte. Immer schön backen. Achtung Rage. Das ist eine Attacke, die viel Damage macht. Wenn der Mob spawnt. Wer gestorben? Oh ja, das ist so ein random Auge hier. Eigentlich muss man nur auffassen, wenn er seine Hände rufen möchte. Ich treff den aber auch kaum, ey. Echt? Ne, der ist bei mir rot. Aber... Rot müsst ihr eigentlich gehen. Sicher? Naja, Lila dürftest du nicht mehr treffen. Also ich finde ich treff nicht um... Oh, ich stehe zu weit weg, aber ich... Ich bin halt nicht der Meinung, dass ich noch optimal stehe. Hallo Woom. Hooray. Hallo. Was ist los hier? Hallo. Wir sind der Boss. Wohin muss man da hingehen? Die Oma-Lava-Höhle. Die Oma-Lava-Höhle. Ich habe jetzt nicht zerstanden, weil alle durcheinander gesprochen haben. Ich habe Pin gesetzt in die Lava-Höhle rein. Die Lava-Höhle? Oma-Lava-Höhle links von Tarif. Äh, von, äh, über Tarif einfach. Ich würde mich jetzt gerade irgendwie mit Feuer und Eis immer an... ...anfreuen, wenn ich ihn höre. Dass der Mario jetzt immer auf Feuer und Eis rausgehen kann. ...ears, Wind and Fire. Wie mein... Äh, so was kacke. Eigentlich... ...ich habe eine Kanone. Achtung, Achtung Auge. Oh, ich komme nicht weg! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich habe doch mal gesehen, wie er hochgedacht ist. Oh, fuck! Oh, fuck! Ich habe doch mal gesehen, wie er hochgedacht ist. LOL, LOL, ich hatte wieder einen Back. Ah, nee, es war kein Back. Ich dachte nur, ich wäre tot, plus dieser Kedra hier ist gestorben. Ja, ja. Weil ich habe dermaßen Damage in der Zeit kassiert. Ich dachte, ich wäre es. Also, ich heiße ihn die ganze Zeit hier hoch. Ja, ja, das ist auch gut so. Achtung, äh, er sieht irgendwie irgendwie komisch aus. Ah, nee, noch nicht. Ich finde, den kann man irgendwie irgendwie schlecht deuten. Ja, genau. Wobei, es ist ja noch. Jetzt kommen die Minions. Ja, ja, jetzt kommen die Rage. Ja. Wenn man in der Rage drinsteht und am Boden liegt, dann ist man ziemlich low. Also, ich meine halt, dann stirbt man leicht nicht, dann ist man low vom Skill. Ja, ja. Oh, oh, oh. Also, ich sehe echt keinen Ping, ne. Beim besten Willen jetzt gar nicht. Ja, der ist halt schon wieder weg. Ich muss halt ein bisschen schneller schauen. Ja, auf welchem Channel bist du denn? Ping, 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 ping. Ach, der redet ja aus. Ja, ja, du gammelst selber auf dem Channel. Ah, okay. Ah, ja. Gut, dann. Wieso bist du ja nicht möglich? Ja, jetzt macht der ja das. Ja, boah. Gott sei Dank hab ich überlebt. Keine Ahnung. Ich bin meistens in irgendeinem halt. Ja, bleib halt einfach aus Serendia 2. Ah. Laufen da nicht auf unser Grisekriege Heinz runter? Ja, ja. Laufen drum, ja. Ja. Bisschen, bisschen, bisschen drauf, oder was? Ja, weil ich halt permanent rum auflade. Ich bin ja nicht aufgelockt. Ja, aber in der Stadt passiert ja nichts. Ich lauf doch permanent rum. Ach so, ich muss in der Stadt dann rumlaufen. Ja. Oh, wait. Hä? So, jetzt nochmal bitte pingeln, ja? Ja. Ich pingel. Mitten in der Oma-Lava höher. Ach du Scheiße, da muss ich ja mein Pferd vom Karra spannen. Das dauert ja ganz ewig. Ja, wir haben noch ein bissl Hammer noch. Wie hat er noch? Ähm, 30%. Ich sag mal so, wir machen danach noch einen. Ein 20er, das wird dann schwer. Da brauchen wir jeden Mann, den wir kriegen können. Ja, dann. Wie lange braucht ihr noch? Ja. Nicht mehr lang. 5 Minuten. Ach so, dann muss ich checken. Ja, wo ist jetzt hier das schnellste Pferd? Die sind alle scheiße warm und... Great. Oh fuck, oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Gewonnen hat das. Ich stehe nicht weit weg und bin kurz im Haufen Damage. Ja. Hey, die hat... Also, irgendwie ist das echt eng dämlich. Nö. Wo die... Damage... Die Berserkei, der Spin to win, what the fuck? Ja... Ja... Wie der Attack-Buff, die ganze Zeit hier. Oh oh oh. Ja, das sag ich ja. Aber geht's ja ja. Ich hab ja vorhin noch meinen Knoten hochgemacht. Jetzt mache ich erhöhten Schaden... Mit Back Attack. What the fuck? Ich bin to win. Ja, ich... Ich wollt's auch gerade sagen. Wie viel hat er noch? Ja, da hat er noch ein bisschen. 20% sowas. Ja, okay. Ja, oh oh oh. Ja, oh oh oh. Ja, man kriegt ja auch die Werto, wenn man grad tot ist und noch hinrücken. Ja? Ja. 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 Ja, als Maul. Jete. Der Chief. Ähm... Kann ich eigentlich jemanden heilen aus der Geht, auch wenn er nicht meine Gruppe ist? Nee. Ich glaub nicht. Nicht hier. Gibt nur eine Ausnahme, dass sie schlaffelt. Scheiße. Ich hätte Mikey noch fahren sollen. Ach. Ist er on? Nee. Aber... Er wäre bestimmt angekommen. Wir brauchen jeden Mann von zweiten, den wir kriegen können. Und auch jede Frau. Das war cool. Von daher kann er auch wieder heilen. Ja, das ist scheißegal eigentlich. Das geht eigentlich hauptsächlich um die Damage aufzugucken. Haltrenge kann man ja mitnehmen. Naja. Naja. Leute, wenn sterben, dann ist der Damage extrem runter. Ja. Ja, gut, aber der hat mich jetzt geworntet oder so. Also ich heil die ganze Zeit vor mir immer. Hey, fuck, wo ist denn der... Oh, oh. Ja, ich hab doch hier so einen mega nice Weg gefunden, Gablin, wie da bei Höhle rein. Was denn denn? Achtung, er macht Rage. Oh. 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 Oh, der Schwung. Ja, ich wollte kurz sagen. Nein, wieder. Oh. Ah, weg da! Mann, ich sag's doch! Willem hat er denn noch? Ey, das ist jetzt bei einem B von Halbmensch, wo der steht. Also ein bisschen auf fünf Prozent gefangen, ja. Weniger. Oh Leute, komm, komm, ich krieg dich ins Key, war bist du von mir. Das ist auch eine Rage. Oh, umfallung. Oh, nice. So. Magiekristall der Beweglichkeit und Goldbarren hab ich bekommen. Ich hab nur Goldbarren bekommen. Ich hab Goldbarren. Magiestopp, sechs Riegel, Sieger des Jägers. Weg von meinem Loot! Einer der Toten wieder. Ich sterb jetzt auch am Schluss. Ja, ich dachte mir auch gerade. Ihr dürft's glauben, ey. Kurz vor dem Schluss lass ich mich töten. Ja. Ja. Ich hab noch nicht mal einen Schwarzstein bekommen. Habt ihr Schwarzsteine bekommen? Ja, zwei. Ja. Das ist wahrscheinlich so. Ey, hast du schon die Werte, Jason, oder was? Ja. Plus zwei. Ich sag mal, was Schlechtes nicht, ey. Ist das meine Waffe drin? Was? Ja, da ist doch immer die Waffe drin, die man braucht. Achso? Achso. Ja, ich weiß, ob er auch Holz, Kätheins und so. Siegel des Jägers hab ich zumindest fünf bekommen. Aber keine Schwarzsteine, nur ein Goldbarren. Ich hab sechs Siegel des Jägers bekommen. Dafür aber keine Schwarzsteine. Wie lange haben wir jetzt eigentlich gebraucht ungefähr? Ja. Was ist immer so, circa? Zehn Minuten, circa. Ne, ne, da haben wir länger brauchst du. Sicher? Ja, locker eine Viertelstunde. Also immer uns bei, meine Freundin kommt in 14 Minuten. Ja, wie weit ist, äh, Feier? Äh, Feier sag ich schon, Eis. Eis. Hm, ja, ich bin gleich da. Ich bin jetzt in der Richtung unterwegs. Ich muss noch mal grad pingen. Aber ich sollte irgendwo da sein. Also die, die haben 100% eingestellt, dass es ein Liverto für den, ähm, für einen mit hohem Schaden gibt und ein Mitleids-Liverto für die, die dauernd gestorben sind. Ich lass mich ganz erkennen, okay. Das für hohen Schaden ist nicht getroppt und das Mitleids hat Jason bekommen. Aber ich bin nur dreimal gestorben. Ja, ja, du bist halt der Höchste anscheinend. Loruna ist öfter gestorben. Ich lass mich jetzt auch grad erkennen, wo ist der Boss? Bei dem werden wir auch, glaub ich, etwas öfter sterben, weil der ja ein Zwanziger ist. Er macht damit jeden Schlag one-Hit. Ist das leid? Also da, wo ihr gestorben seid, ja. Kurz AFK, er hat's aber unten drin. Ganz kurz AFK. Ich bin auch kurz AFK. Ah, meine Freunde kommen gleich. Meine ersten kommen gleich. Ja, mein Weib kommt gleich. Die schäubt mir nicht mal den PC weg. Oder obwohl, was ist die teuerste Liverto seit dem Laden? Freu mich, Oman. Was ist, was? Das ist die teuerste Liverto auf dem Laden. Die sind alle gleich teuer. Äh, 1,9... Nee, ja, doch. So, alle da? Nee. Da baue ich mir ne Axt, oder? Soll ich die verkaufen? Reppen oder verkaufen? Reppen oder verkaufen? Bitte die zweite hochpushen, nochmal ein paar, sieben Schwarzschweine rein kloppen und dann ein Auktionshaus verkaufen. Wozu? Die Ausbeute ist nicht so groß. Wenn du sieben Schwarzschweine rein haust, kriegst du, äh... Plus sieben, elf Millionen. Oder neun. Also es ist genauso teuer wie die normale. Machst eigentlich wirklich Gewinn. Wie viele, wie viele Fragmente würde ich für neun Millionen bekommen? Du bekommst ja, wenn du neun Millionen, äh, willst du es für neun Millionen verkaufen? Dann hast du ja nur 5,8 Millionen, was du rausbekommst. Ja, genau. 5,8 Millionen, äh, du musst dir die Rollen holen. Ja, Fragmente rentieren sich nicht. Die Rollen musst du holen. Fragmente 300.000, da kannst du ausrechnen. Ja, die rentieren sich nicht. Kauf dir die, äh, Rollen. Also die... Die Gläs... äh, die... Die... Reliktglässt halt 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 da. Reliktglässt. Alter? Eis, bist du da? Ja, ich bin da. Okay, ähm, Philipp? Nobody? Ja, Philipp ist ja. Okay, da haben wir alle. Nobody? Auch immer nobody? Das heißt, wir sind jetzt wie viele Leute, 16 oder wie? Hast du deine Gruppe voll, Philipp? Wieder da. Ja. Okay, und Eis ist in keiner Gruppe, oder? Nope. Nicht bei mir. Ja, dann sind wir 16. Also großen Boss. Ja. Dann muss ich Jason halt mal jetzt ein bisschen anstrengen. Ja. Wollen wir den Lamm im Westen? Noch eine Liter dafür droppen lassen? Hehehehe. Also, ready? Ja. Ich hab noch kein... Moment mal, wo seid ihr? Ich hab mich ja meist nicht für das Mitleidding haben. Was? Was noch? Was? Wo seid ihr? Ja, dann heißt das aber... Raid! Und Ben drin drin! Oh mein Gott, hier! Ich verstehe! Genau, bei unserem Ping in der Höhle. In der Höhle. In der Höhle. Ja, in der Höhle. Wo ist denn hier ein Höhleneingang? Geht das hier nur rein? Ja, bei der Oma-Labehöhle beim... Osten. Ich bin direkt... Dahinter quasi, glaub ich. Bin jetzt hier in so einer Höhle. Gerade reingelaufen. Ja, einfach durchlaufen. Einfach durchlautschen. Fury... Okay. Na jo. Warum kriechen die Frauen eigentlich seitlich und die Männer auf den Bauch? Hier sind die ganzen Lava-Viecher, okay. Ja, ja. Ja, ja. Wobei halt die Ticken einfach Furchen... Nein, halt! Links! Ich glaub du bist grad vorbeigelaufen, oder? Bist du ein Magier? Ne, ich bin... Hier, siehst du mich? Ja, ich seh mich. Ja, da bist du. Eieiei. Mensch, da muss ich mir jetzt doch die Libertu danach kaufen, falls ich hier sie nicht droppe.